Und so, wenn ihr das mal im Fernsehen macht und da hinkommt in so eine Show, dann ist da immer einer, der euch vorher sagt, wann, wo und wie geklatscht wird. Und jetzt nochmal übrigens hier so... Ich hab auch eine Schürze gekriegt, aber ich trage sie nicht, weil sonst kommt die Klauze so da raus. Und dann ist das auch so gut. Aber hier, nur Köche. Was? Kannst du das mal lesen? Oder? Ist gut, ne? Das wird in 29 mein Wahlslogan. Wirklich? So, Frauen sind glaube ich sowieso eine Überzahl, ne? Also, das ist eine gute Ballchance, ne? Habt ihr mehr Männer hier? Schön, dass es gerade kommt. Echt? Mit Merane? Wirklich? Was ist das Ding? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wollt ihr... Ich hau noch mal ein paar Kartoffeln drauf. Dann mach ich gerne noch ein paar Probiertelle und nachher fertig, ne? Kleinen Moment noch. Aber dann kann ich erst mal fragen, was die anderen da so machen. Weil ich soll ja nicht nur irgendwie sabbeln, ich soll mal auch gucken, was die hier so machen, ne? Och, herrlich. Ich hab gar keinen Leistungsdruck. Ich stehe ja nicht... Ja, gar keine Jury und so, ne? Vielen Dank.